Das Amt des DFL-Präsidenten als oberster Repräsentant der Deutschen Fußballliga soll künftig durch einen Aufsichtsratsvorsitzenden ersetzt werden. Das berichtet der Kicker, nachdem Amtsinhaber Reinhard Raubal am Montag angekündigt hatte, sich 2019 nicht mehr zur Wiederwahl stellen zu wollen. Der insgesamt neunköpfige Aufsichtsrat soll die Arbeit der DFL GmbH um Geschäftsführer Christian Seifert kontrollieren. Das DFL-Präsidium soll demnach von einem ständigen Ausschuss ersetzt werden, dessen Zuständigkeiten begrenzt sind. Die Klubs der Bundesliga und zwei Liga sollen künftig in Teilversammlungen zusammenkommen, um über Belange ihrer jeweiligen Liga zu entscheiden. Im Lizenzierungsausschuss soll eine stärkere personelle Unabhängigkeit gewährleistet werden, über die Verteilung der TV-Gelder ein erweitertes Gremium entscheiden. Die Reformpläne sollen den Vereinen in den kommenden zwei Wochen bei fünf Veranstaltungen in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Main, München und Leipzig vorgestellt werden, schreibt die Sportbild. Werbung 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017